Ich habe ein Video eingeschickt und dann ist es anscheinend wohl ganz gut angekommen. Ich meine unter, ich glaube über 41.000 Bewerbungen sind jetzt die letzten 40 gewählt. Wenn ich weiterkomme, dann werde ich, denke ich mal, einen Bus reservieren und alle Freunde aus Paris nach München gehen. Ich werde mein Bestes geben und hoffe, dass es am Ende reicht. Wir haben hier international vertretene Bewerber, die dabei sind. Ich bin gespannt, wie generell so das Niveau sein wird. Ich habe mich mit Video, mit Bildern und mit einem gut geschriebenen Text beworben. Ich will vor allem mit Spaß bei der Sache sein und ich denke mal, das ist der Erfolg von der Leibmannschaft. Als erster kroatischer Spieler denke ich, ich könnte es schaffen. Ich bin sehr entspannt, aber ein bisschen nervös. Unfassbar! Ich darf dabei sein, denn das ist ein großen Traum. Wir sind stolz als Österreicher, dass wir da beim Pallana Cup dabei sind. Geil, ne? Also ich bin voller Freude. Ich kann es so recht noch gar nicht fassen. Es ist ein Traum. Ich bin hervorgegangen. Es zeigt sich, dass der Pallana Cup immer populärer wird, immer bekannter. Es waren richtig gute Fußballer dabei, aber das ist, glaube ich, auch normal. Denn wenn du jetzt aus über 40.000 Einsendern auswählen kannst, dann ist es was anderes wie beim ersten Mal, wo es um die 18.000 waren. Ich hoffe, dass die Mannschaft das auch dementsprechend umsetzen kann dann gegen unsere Profimannschaft. bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.